Norddeutscher Rundfunk 2021 Jedes Jahr ermitteln wir für unsere Singles den perfekten Partner. Und jedes Jahr gehen die meisten dann trotzdem ohne ihr Perfect Match nach Hause. Was sollen wir nur machen? Wir probieren es einfach weiter. In der Same Same But Different 5. Staffel von Are You The One? Liebe ist einfach das Schönste, glaube ich, auf der Welt. Ja, nice, dass ihr jemanden gefunden habt, der perfekt zu mir passen soll. Ich will auch mein Perfect Match finden und dann vielleicht verlieben. Ich finde das halt ein bisschen strange. So, checkt ihr überhaupt, wo ihr seid. Are You The One in Thailand? Ich würde mal sagen, die Sonnenbrille wird angezogen. Ja, ich lieb's. Ich glaube, alle haben es verstanden, wo wir jetzt hier sind. Brüste. Das Spiel ist eröffnet meine Kinder. Du spielst mit mir? Kein Problem. Spiel. Also für mich ist Kindergarten, muss ich ehrlich sagen. Jeder spielt gegen jeden hier. Jetzt fängt es erst an. Jetzt fängt es wirklich an. Sie wollte Stimmung. Jetzt hat sie ihre Stimmung. Genau so hat er es gesagt. Und das wird jeder sehen. Wir haben mir wirklich richtig die Wege getan. Ich bin so verliebt mit dich. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Du musst keine Frau haben, um glücklich zu sein. So ein Bisse. Ja. Halt deine ***. Die geht mir auf den Sack in mir auch. Sollen die alle machen, was sie wollen? Solange wir am Ende des Tages bitte gewinnen. Ein Licht steht für ein Perfect Match. Krass. Wir tun so, als wäre das hier alles so einfach. Das Haus nimmt mich auseinander. Zehn Lichter stehen für zehn Perfect Matches und 200.000 Euro. Aber es ist gar nicht einfach. Wie wollen wir das hier noch retten? Du hast uns heute offiziell beerdigt. Wollah sinnlos. Scheiße. Bruder, 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 Bruder. Wir haben ein Problem nur. Wir stehen auf dieselbe Frau. Kein Problem. Hilfe.